Showtime! Wenn du durch die Zeit reist... ...der kackt Regenbogen-Cupcakes. Das hab ich mir schon immer gewünscht. Wow! Läuft nicht immer alles wie geplant. Das ist für immer im Netz. Diese beiden Cousins... Ich bin Sammy und das ist Rush. Alles klar? ...erleben fantastische Abenteuer. Hinterher! Und haben jede Menge Spaß dabei. Lasst uns feiern! Das wird ein echter Knaller. Die neuen Folgen Sammy und Rush. Nächste Woche Montag bis Freitag 16 Uhr. Nur bei Nickelodeon.